ja hallo game 2 hat begonnen seit dem 2.1. haben wir das projekt game 2 am laufen aber game 2 wird noch ein bisschen rausgezogen also die ersten videos kommen wahrscheinlich erst noch ein bisschen später weil wir zurzeit einfach keine zeit haben für das wir haben viel geplant wir haben jetzt erstmal die homepage erstellt und alles und ja nun könnt ihr daraus verfolgen die beschreibung in der beschreibung könnt ihr zu diesem video die homepage finden und ja wir versuchen aber ab februar oder vielleicht noch ende januar dann die videos zu machen und ja game 2 wird ablaufen wie eigentlich game 1 wir werden games of the year machen dann unsere persönlichen lieblingsspiele und dann noch mehr sachen und ja geplant wird auch dass wir noch ein paar leute suchen und wir wollten uns auch mal in stuttgart zum gemeinsam zum gemeinsamen gaming game 2 treffen treffen wir wollten uns halt einmal gemeinsam treffen in stuttgart wenn ein paar leute beitesten und auch bevorzugt gamer sind egal ob xbox ps3 oder nintendo wii oder handheld gamer ist egal treffen ist treffen und ja das ist jetzt unser einführungsvideo und wir hoffen dass game 2 einen guten start bekommen weil wenn ihr das gut auf die bühne bringen haben wir vielleicht bis 2013 oder 2014 ein exklusiven vip pass für die gamescom und ja und wenn die game 2 auch gut läuft will ich auch eigentlich auch t-shirts machen lassen mit dem motto mit dem motto ein motto wäre zum beispiel jetzt ein motto wäre computerspiele sind die gute steaks magst du magst du es blutig nimmst englisch oder zocken geht immer ja ich weiß manche kennen zocken geht immer unter den anderen unter den anderen namen spielen geht immer hat damals simon entworfen simon kretschmer jeder kennt ihn bestimmt ich habe ihn auch schon öfters live getroffen auf das war eigentlich auch dann von dem video von der audioaufnahme eher sozusagen kein video und ja man sieht sich und hört sich dann dennoch mal wieder also bis dann und gibt mir einen daumen hoch und ein kommentar wenn es möglich wäre und favorisieren wäre auch noch ganz ne also das war's dann euer game 2 team bis dann